So und damit, oh jetzt gucke ich auch noch in die falsche Kamera, ich gucke auch noch in die Playstation Kamera. Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Oder zu, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja und ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe alles vergessen. Ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt und ähm, wir wollten irgendwas abbauen, das weiß ich. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach genau, ich hatte euch auch gefragt, wie das aussieht. Ich habe da, uah, uah, nein, 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 nein. Da ist ein Creeper, scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Da ist ein Creeper und wir müssen mal ganz schnell schlafen gehen. Und das werde ich mal schnell tun. Ganz schnell schlafen. Und ähm, wir hatten in der letzten Aufnahme, glaube ich, genau, die Höhle wollten wir weiter erforschen. Genau, wir wollten die Höhle weiter. Wieso brennt denn die Spinne nicht? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollten wir die Höhle weiterforschen. Ich wollte mal, genau... Was? Okay. Und ist mittlerweile auch ein Patch wohl rausgekommen, dass man auch die Tiere einfangen kann. Äh, was ich aber noch nicht ausprobiert habe. Und, ähm... Genau. Wow! What the fuck? Fuck. Aber hey, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Jede Menge Kohle. Jede Menge Kohle. Das ist doch super. Das hat sich doch gelohnt. Da unten auch noch Kohle. Da ist noch Kohle. Nehmen wir die Kohle noch mit. Kohle, 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 Kohle. Ja, und, ähm... Ja, wenn ihr das Video seht hier, was ich jetzt aufnehme. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Ähm... Ja, haben wir es hinter uns gebracht. Wir haben es durch, äh, äh, führt. Wir haben es, ähm, endlich vollbracht. Und zwar den 24-Stunden-Stream der Let's Play Live Show. Ja, haben wir hinter uns gebracht. Und mein Gott, war das lustig. Boah, war das interessant. War voll geil. Voll cool. Vor allem mit euch zusammen. Äh, Resident Evil. Und, ähm... GTA Online. Dann haben wir noch Outlast im Wahnsinns-Modus gespielt. Also richtig geil. Also eine Menge Fun gemacht. Und dann haben wir anschließend wieder GTA Online gespielt. Und dann war es dann auch schon, ja, fast um. Oder war es um gewesen. Und, ähm... Das hat echt viel Spaß gemacht mit euch zusammen. Das ist echt... Äh, die Folgen für die Leute, die es vielleicht verpasst haben, die jetzt hier das Video sehen und sagen, boah, geil, wann hast du das denn gemacht? Ich würde es gerne mal sehen. Ja, das kommt. Ich werde das wahrscheinlich... Wenn ich hier, äh, die Folgen mit Minecraft zusammenschneide und alles, werde ich dann weitere Videos bearbeiten, was den 24-Stunden-Stream angeht. Und, ähm... Und dann werden, werde ich die Videos dann vom 24-Stunden-Stream, also die Folgen davon, werde ich dann hochladen. Die werden dann, denke ich mal, alle immer so eine halbe Stunde gehen. Genau, hier waren wir gewesen. Ich entsinne mich. Also, wer ist gestern gewesen? Wir haben aber vergessen, Fackeln mitzunehmen. Scheiße. Fuck. Das heißt, ich werde nochmal schnell zurückgehen und nochmal ratzefatze, miezekatze, ähm, ein paar Fackeln mitnehmen, sodass wir da unten auch was sehen. Und wir wollen da hinten die, die, die Burj noch erforschen. Was da drin ist, stimmt. Ich entsinne mich. Das haben wir ja auch noch vorher gehabt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir die Fackeln nochmal hatten. Da sind die Fackeln. Die 44 Stück, die nehmen wir natürlich noch mit. So, wunderbar. So, dann geht's nochmal runter in die, in die Hölle. In die Hölle. In die Hölle des Livin. So, und ich hatte euch, wie gesagt, ja auch gefragt gehabt, äh, was ihr davon haltet, wenn wir mal zwischendurch mal in den Creative-Modus wechseln, ob, dass es nicht vielleicht zu lang wird. Aber, bis jetzt habe ich ja noch keine, da noch keiner drauf geantwortet, keiner noch irgendwie was gesagt hat. Ja, ja, warum nicht, ne? Das wäre doch gar nicht mal so, so verkehrt. Oder war hier überhaupt gar nichts mehr drin? Ach, hier war ja nichts mehr. Stimmt. Seht ihr, ich habe es schon wieder vergessen. Da hinten war nämlich gar nichts drin gewesen. Wir wollten, hier wollten wir weitergehen. Stimmt. Deswegen hatte ich die Fackel auch hier oben drauf gebaut. So, Steine brauchen wir immer. Ich werde jetzt erstmal hier mich weiter durchgraben. So, Steine brauchen wir ja für den Bau. Was wir haben, haben wir. Und Kohle nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. So, Kohle, Kohle, jede Menge Kohle für unseren Ofen und für Fackeln und jede Menge davon. Hey, cool. Wunderbar. So, da müssen wir also schon mal, da habe ich mal eben, kleinen Moment, die Axt brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr, würde ich mal hier so, vorsichtsam, mal so einen Stein hinbauen. Die Steine sehen irgendwie anders aus, wenn man sie hinbaut, als nicht, wenn man sie abbaut. Na, ist ja auch egal. So, Fackel. Machen wir hin. Machen wir auch eine hin vor sich selber mal und schauen mal, wo wir hinkommen werden. Ich bin echt mal gespannt, wie tief die Höhle ist und was für alles da finden werden. Ich höre schon ein Ohrungsschützen. Schau mal hier. Ja, da steht er schon. Geht sterben. Warum geht er nicht sterben? Ja, jetzt. Wunderbar. Gut, dass wir die Ausrüstung haben. Das ist natürlich supi. Da können wir nämlich dann in Ruhe getrost ein paar Schüsse abbekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da oben weitergeht. Ich werde mal hier hochhüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Na. Ungefähr mal hier so wegraben, damit ich mir die so ungefähr weiß, dass wir von hier gekommen sind. Und werde ich mich hier damit ich das ungefähr weiß. Weil sonst sonst verlaube ich mich hier sowieso und finde da nie wieder zurück. Und ich höre Wasser. Irgendwie ganz schön duster hier, ne? Hier machen wir mal Fackeln hin, dann weiß ich, dass das der Eingang ist. Alter, finde. Wow, geil, cool. Ui, ui, ui. Oh, Eisenerz. Auf jeden Fall. Auf. Oh, das ist ja ein reines Paradies hier. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an abzubauen. Was wir haben, haben wir. Weil wir müssen ja noch ein paar, äh, ist hier noch was? Ey, da ist noch was drunter. Weil wir müssen ja noch ein paar Eisentüren bauen. Dafür brauchen wir Eisenbarren. So, hier noch was drunter irgendwo. Ich glaube nicht, ne? Nein, das sieht nicht danach aus. Gut, gehen wir mal weiter. Oben unter der Decke, habe ich gesehen, waren noch ein paar Eisen... Da ist auch noch Eisenerz. Kann ich hier lang? Uah. Uah, Hilfe. Ich habe auch ein bisschen so die Lichtstimmung geändert an der Kamera. Ihr seht, es ist ein bisschen ein bisschen angenehmer, ein bisschen freundlicher auch so, dass... Oh. Ja, bleib so wohl hier. Ich muss noch ein bisschen immer die Ohren aufhalten, dass ich nicht da irgendwie angegriffen werde gleich und dann stehe ich da. So, das hätten wir... Da ist auch noch Eisenerz, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das... Na? Uah! La, 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 la. Das war so klar. Das war aber... Hey, gibt es noch mehr? Und da ist... Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Naja, egal. Schauen wir mal. Vielleicht können wir erstmal hier abbauen, in Ruhe. Es wird mir gerade ein wenig zu laut. Moment. Ich musste mal kurz ein wenig das Fenster schließen. Warte mal eben. Eisenerz, 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 Eisenerz. Ich hoffe natürlich, dass wir da wieder hochkommen, wo wir her... Wow. Geht das tief runter? Von da, wo wir hergekommen sind, kann man da irgendwie wieder rauf? Geht das? Ich probiere das mal. Ich glaube, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hey, hier ist auch noch Eisenerz. Siehe ich jetzt gerade erstmal. Aber es dauert umso länger unter Wasser, glaube ich, kann das sein, wenn man unter Wasser gräbt, dass es länger dauert. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Und, äh, ja. Wir brauchen Luft. So. Und sonst? Was haben wir sonst so gemacht? So. Ich sag ja, es ist das reinste Paradies hier. Wir haben echt eine Goldgrube entdeckt. Und wir werden natürlich unten auch noch weitergehen. Uah, da steht ein... Uah, aua, 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 aua. Lalalala. Und da unten... Uah. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Ich werde den erstmal zubauen, hier, den Kollegen. Aua! Dieser Hexer, äh... Diese... Aua! Er hat mich vergiftet. Was? Was? Uah, aua. Wir werden sterben. Warum? Nein! Nein, 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 nein. Nein, was kann ich dagegen tun? Was, was? Aua! Aua! Ich will nicht sterben, nein! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Warum sterbe ich denn? Nein! 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 Du, Kackspiel! Fuck! Scheiße, da müssen wir jetzt so schnell wie möglich unsere Sachen holen. Und es wird nämlich schon dunkel. Fuck! Mann, shit! Da muss ich mich doch ein bisschen besser informieren, was Hexer sind. Hexer sind ganz böse Wesen. Fuck! Wo sind wir denn? Bin ich jetzt hier richtig? Nein! Scheiße! Fuck! Nein, 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 nein. Ich will meine Waffen wieder haben. Ich will meine Gegenstände! Ich will meine Sachen wieder haben. Hier war das, ne? Oh, Gott sei Dank. Huh! Und wir waren so schön. Wir waren, glaube ich, Level 21 oder sowas. Oh, geh weg! Du stinkst! Mann, geh weg! Mann, geh doch weg! Oh, Mann! Oh! Scheiße! 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 Fuck, 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 fuck! Der soll weggehen, Mann! Oh, scheiße! Und es ist Nacht geworden. Wir werden jetzt erstmal schlafen. Hauptsache, wir haben unsere Gegenstände wieder. Boah, super! Alter, finde ich. Ihr könnt mir was schlafen... Oh, da hinten ist der Enderman. Ähm, ich glaube, wir werden mal ganz schnell jetzt schlafen gehen. Ihr könnt mir wahrscheinlich sagen, was Hexer sind. Ich konnte so schnell jetzt gar nicht lesen. Der hat mich irgendwie, äh, äh... Ja, betäubt oder sowas. Der hat mir irgendwie eine Substanz zugeschmissen, so dass ich Schaden genommen habe. Da hat die Rüstung auch nicht viel geholfen. Das ist natürlich scheiße. Fuck, Mann. Shit, 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 shit. Shit! Man, so ein Kack, aber auch, das... Das glaube ich ja beinahe gar nicht. Hä, das ist ja... Mann! So ein Mist aber auch. Naja, wenigstens haben wir... Wenigstens haben wir unsere Gegenstände noch wieder... Wieder bekommen. Mann, das ist aber echt ärgerlich. Scheiße, 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 scheiße. Kacke, 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 Mann. Hätte ich jetzt nicht... Hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht, dass wir, äh... Da so Theater bekommen, mit denen das, äh... Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich mich trotzdem nochmal in die Höhle des Löwen begeben. Denn, äh... Wir müssen ja... Wir müssen ja noch ein bisschen was abbauen. Äh... Ich werde aber... Moment, just a moment. Wo haben wir unser... Wo haben wir denn... Ja, 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 ja. Ich suche gerade verzweifelt unser Holz und sowas alles. Unsere... Ah, hier. Ah, hier, ja, ja. So. Stickys haben wir noch... Ne, 50 haben wir, so brauche ich gar nicht bauen. Haben wir sogar noch in Reserve. Das ist super. Denn ich möchte doch, äh... Wenn die Eisenblöcke gleich fertig sind mit dem Ofen, äh... Möchte ich mir ein... Ähm... Ein Schwert. Ein... Ein Eisenschwert bauen. Und nochmal, äh... Vorsichtshalber ein paar Werkzeuge. Was wir haben, haben wir? Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken, was es kostet. Das Eisenschwert. Hey, können wir bauen? Zwei. Das ist super. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Wir werden natürlich das Eisenschwert erstmal verbrauchen, was wir haben. Wenn wir es brauchen. Und natürlich auch die Axt, die wir angefangen haben. Den Bogen und sowas, alles, das lege ich erstmal zurück. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Das alles kann man eigentlich auch Gegenstände reparieren. Ich weiß es gar nicht. Die Axt tausche ich auch erstmal gegen die aus. Die werde ich hier reinlegen. Wir haben nämlich hier vorsichtshalber noch eine Axt liegen. Da ist auch noch ein Schwert, was wir vorher benutzen. Ich werde mir das nochmal so sortieren, wie ich das hatte. Ich hatte das nämlich so schön übereinander gelegt, dass ich da ein bisschen den... Bisschen besser den... Den... Den Überblick hatte. Äh... Weil sonst komme ich nämlich hier ganz durcheinander. Ich habe viel zu viele Spitzhacken mit. Das ist, äh... Äh... Ich werde mal vorsichtshalber mal... Kohle haben wir ja auch gesammelt. Fleisch können wir da hin tun. Da hinten. Das ist besser. Tun wir es da hin. Und, ähm... Ja, Spitzhacken da. Axt da. Schaufel haben wir eine. Schwert haben wir zwei. Gut, aber die Schaufeln, denke ich mal, die würden reichen. So viel wären wir da unten auch nicht schaufeln. Aber jetzt habe ich das wenigstens immer schön in Reihe. So, dass ich da nicht durcheinander komme. Die Stickys packe ich mal nach hier. So. Das dürfte reichen. Ähm... Gut, da ist der Ofen, der bearbeitet das jetzt, ne? Genau, das ist super. So, weiter auf Erkundungstour. Dann werden wir jetzt erstmal da die Viecher erledigen. Und wir müssen später natürlich auch wieder eine Rüstung bauen, ne? Aua! Können wir uns auch... Wir können es auch schützen, oder? Weil irgendwie hat das jetzt gerade nicht so ganz funktioniert mit dem Schützen. Weil so ist doch schützen, oder? Oder abwehren? Na, ist ja, ist ja auch egal. So, dann wollen wir mal. Wir waren hier gewesen. Ich werde nochmal hier die Ecke abbauen. Dass ich hier ungefähr weiß, dass wir hier reingegangen sind. So, 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 so und so. Bei uns, Minecraft, dann ist das so. Jetzt habe ich wieder ein lezenziertes Lied gesungen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger. So. Zack, 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 zack. Genau, dann geht es hier runter. Ich muss nochmal... Ich schaue nochmal eben, dass ich mir vielleicht hier nochmal so vorsichtshalber ein paar Treppen hinzimmere. Dass ich da bei einer schnellen Flucht ein bisschen besser unterwegs bin. Weil sonst stehe ich echt doof da. Ja, das ist schon besser hier. Und dieses Gewiss, hier ist ein bisschen dunkel, ist es hier. Fällt mir gerade drauf. So ist es besser, so. Zack, zack. Da auch nochmal einen hin. Uäh, das war falsch. So. Da machen wir nochmal einen hin. Genau, so. Zack, 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 zack. Da ist die Treppe dann da. Ich bin immer so ein ordentlichen. Ich weiß nicht, warum das ist... Ich habe es lieber gerne ordentlich. Wie können wir den denn jetzt erledigen? Weil wir können ihn ja... Wenn er uns verhext, wie können wir uns denn wieder heilen? Hm. Ich traue mich jetzt gar nicht so wirklich da hin. Ich habe so ein bisschen... Da ist auch noch Eisenerz. Ich traue mich mal. Ja. Ich traue mich mal hier so ein bisschen zu graben. Vielleicht bemerkt er uns da nicht, der Hexer. Ich würde auch gerne mal den Bogen dann ausprobieren. Weil der Bogen wird ja wahrscheinlich dann auch super sein. Können wir da oben was hinbauen? So, dass das Wasser vielleicht... Uäh. So, dass das Wasser vielleicht woanders hinfließt. Weil... Ich glaube, ich mache mir gerade hier... Ich würde gerne, dass das Wasser woanders hinfließt. So ein bisschen. Walalalalalalala. So, da fließt es jetzt schon mal ab. Das ist super. Ach genau, weil ich jetzt gerade Wasser sehe. Wir wollten uns ja auch... Einen Eimer wollten wir uns auch bauen, ne? Stimmt. Einen Eimer wollten wir uns bauen. So, jetzt fließt das Wasser schon mal hier. Das geht doch schon mal weg, ne? Wunderbar. So, da oben waren wir doch... Da oben wollten wir rauf, ne? Das... Da wollten wir rauf gehen, genau. Da hinten rechts ist der Hexer. Wir werden mal schauen, dass wir uns da irgendwie... Mal einen... Weg nach da oben fahren, dass wir das nicht vergessen. Oh, Gott sei Dank. Das ist scheiße. Wo kommt es denn jetzt her? Oh, nee, oder? Na. Und da noch reingehen. So. Das kommt doch aus allen Löchern dann irgendwann, ne? Wenn das einmal... Einmal angefangen hat zu fließen, dann fließt es überall hin. Das ist doch... Das glaube ich doch jetzt beinahe nicht. Das ist doch eben... Uah. Och, komm. Und der Hexer, der steht doch hier irgendwo. Von da unten kam der, ne? Ich hab's ganz vergessen. So, jetzt ist es aber gut mit Wasser. So. Meine Güte. Oh, Gott sei Dank. Dieses scheiße Wasser da, ey. Das... Ach ja, und wir wollten ja auch, äh... Wollten ja auch unseren, äh... Unseren, unseren Garten irgendwann mal endlich bauen. Ich trau mich jetzt hier noch nicht ganz rein. Unseren Garten wollen wir jetzt hier auch endlich irgendwann mal anfangen zu bauen. Den brauchen wir ja auch. Also, Notiz an mich. Hier oben rauf kommen wir. Nur halt, wir müssen aufpassen, dass wir das Wasser... Da, äh... Nicht runterholen. Runterholen, hat er gesagt. Nicht das, was du wieder denkst. Na? Da ist auch noch eine Höhle. Ich hab's noch ein bisschen muffen, dass der gleich schon wieder auftaucht und uns verzaubert. Oh, 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 oh bauen mit der rüstung und so alles weil dann haben wir immer wieder vorsichtshalber rüstung in petto wenn wir mal was wenn wir mal was benötigen so und ich würde sagen wir machen jetzt hier kiesesdorf durch ne hier so dann machen wir da noch machen wir hier mit dennoch weg da noch einen rein hier ein hin damit wir da nicht runterfallen wenn wir da mal lang gehen und dann gehen wir dann müssen wir mal gucken auf jeden fall würde ich sagen machen wir lassen was spannend und in der nächsten folge gehen wir hier weiter in die höhle erst mal gucken und so ein bisschen wahrscheinlich die kohle abbauen und ihr seid dann wieder dabei also bis demnächst